Mein Name ist Jörg Moosbrugger, ich bin Jachbrugger in München und gemeinsam mit Egg & Dart sind wir hier auf der Messe in Monaco, um gemeinsam eine Range von 19 Meter bis 123 Meter anzubieten. Unsere Range, die besteht aus unterschiedlichen Typen, weil wir damit also unterschiedliche Geschmäcker ansprechen und wir bieten das also komplett designt als Konzept an und dann des Weiteren über eine Verkaufsfirma, die sich Terrainien nennt, als schlüsselfertige Projekte. Zum Thema Design ist zu sagen, dass wir sehr konzeptionell arbeiten. Zu jedem Projekt entwickeln wir eine Story, eine Geschichte, die sich durch das ganze Vorhaben durchzieht. Stylemäßig orientieren wir uns, kann man ehrlich sagen, an die deutsche Automobilindustrie und versuchen auch Designmerkmale, Linienführungen, Flächenführungen aus der Automobilindustrie in die Jachtindustrie zu überführen. Das ist vielleicht ein Merkmal von Egg & Dart. Generell ist zu sagen, dass das Design sehr straight, gradlinig und herausstechend machen. Er ist momentan auf dem Jachtmarkt.